Hi, ich bin Jennifer und ich bin in die HAG gegangen, weil die Frau Prof. Winkler in meine NMS gegangen ist und das hat mich sehr motiviert in die HAG zu gehen und mir geht es jetzt sehr gut in der HAG. Es ist eigentlich sehr angenehm hier lernen und ich habe mir das eigentlich viel schwerer vorgestellt, aber eigentlich ist das sehr schön hier in der HAG und ich bin froh, dass ich hergekommen bin.